Am Heizkreisverteiler laufen alle Vor- und Rücklaufleitungen der Heizkreise zusammen. Wie du diese richtig anschließt, erfährst du hier im Video. In deiner Planung ist die Rohrführung so konzipiert, dass Vor- und Rücklaufleitungen sich nicht überkreuzen und dass sie einen gleichmäßigen Abstand zueinander haben. Das ist wichtig, denn auch Sie temperieren die Fläche, in der Sie verbaut sind. Die Rohrführung ist in der Planung immer vereinfacht dargestellt. Das bedeutet, ist beim Rohrverlauf ein scharfer 90 Grad Winkel, solltest du, wenn ausreichend Platz da ist, das Rohr lieber biegen, anstatt mit Winkeln zu arbeiten. Achte beim Verlauf der Leitungen, dass diese keinen direkten Kontakt haben. So verhinderst du einen Energieaustausch. Direkt vorm Heizkreisverteiler ist das nicht immer möglich. Hier gilt, die Kontaktfläche so gering wie möglich zu halten. Beim Standard-Heizkreisverteiler gibt es zwei Anschlussreihen. Eine für den Vorlauf, hier rot dargestellt, und eine für den Rücklauf, hier blau dargestellt. Beim Anschließen an den Heizkreisverteiler empfehlen wir zuerst, die Leitungen zur Ebene der Vor- und Rücklaufleitungen vorzubereiten. In unserem Beispiel sind die Leitungen zur Bodenebene zu führen. Deshalb wird für jeden Heizkreis die Vor- und Rücklaufleitung abgelenkt, mit einer Rohrschere geschnitten und mit einem 90 Grad Winkel versehen. Für einen sauberen Anschluss werden die Rohre noch mit einem Rohrentgrater behandelt und eine Klemmringverschraubung angebracht. Ist das passiert, werden die vorbereiteten Leitungen an die gewünschte Position gesetzt und mit Hilfe der Klemmringverschraubungen an den Heizkreisverteiler angeschlossen. Sobald alle Vor- und Rücklaufleitungen an den Heizkreisverteiler angebracht worden sind, werden diese hin zu ihrem Heizkreis verlängert. Das geschieht über Außenmuffen oder Doppelnippel. Dabei werden sie möglichst gleichmäßig in der Fläche verteilt. Das gelingt am besten über das Biegen der Leitungen. Sollte ein Biegen nicht möglich sein auf Platzmangel oder Ähnlichem, kann auch mit Winkel gearbeitet werden.